Hallo, ich bin Tam. Loretta kann bei Anfängern manchmal ein bisschen gemein und böse sein, aber mit dir scheint sie gut auszukommen. Da hast du Glück. Loretta hat dir gezeigt, wie man in der Koppel reitet, aber jetzt zeige ich dir, wie ein echter Wettkampf funktioniert. Das kann für einen Anfänger schwierig sein, also geh es langsam an. Du bist noch kein Profi, aber glaub mir, du wirst viele Chancen haben, dich zu beweisen. Anfänger Anfänger Das war besser als erwartet. Du bist doch weit entfernt von einer Rekordzeit. Aber das ist ganz normal. Warte ab, bis du und Baby Beauty noch mehr Zeit auf den Strecken hier verbracht haben. Dann wirst du viel schneller sein. Du und dein Pferd werden gemeinsam besser. Du kannst versuchen, unsere Zeiten zu unterbieten. Wenn du willst, aber nur einmal am Tag. Wir möchten die Strecke nicht die ganze Zeit voller Leute haben. Jeder soll mal eine Runde drehen. Das war besser als erwartet. 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 Vielen Dank.